Die Bestrebungen in der Eurozone, den dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM mit einer Banklizenz auszustatten, sorgt weiter für heftige Diskussionen in Deutschland. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Brüderle, nannte die Pläne im Deutschlandfunk ein inflationäres Himmelfahrtskommando, das die Euro-Stabilität erheblich gefährden würde. Die Befürworter der Idee, wie Grüne und die Linkspartei, hoffen hingegen, dass die Vergabe einer solchen Banklizenz die Finanzmärkte beruhigen wird. Zugeschaltet ist uns nun Professor Christian Dräger vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Dräger, sehen Sie eine Banklizenz für den ESM ebenso kritisch wie die Bundesregierung? Guten Morgen. Ich denke mal, es kommt jetzt darauf an, dass wir glaubwürdige Strategien zur Lösung der Euro-Krise präsentieren. Und da hilft es eben nicht, nur auf Konsolidierung und Strukturreformen zu setzen. Das ist natürlich alles richtig und das ist auch alternativlos. Aber das Problem ist, dass dieser Kurs nur langfristig Früchte trägt. Wir müssen eben auch was für die kurze Frist haben, um die Zinsbelastung insbesondere der Schuldnerländer abzuschwächen. Und da würde ein solcher Schritt Banklizenz für den EFSF oder ESM dann schon eine mögliche Alternative sein. Andere Alternativen gibt es natürlich auch. Darüber muss man dann diskutieren. Aber ich denke, wir brauchen so eine Ergänzung, um auch den Erfolg des Konsolidierungskurses nicht zu gefährden. Was sind denn mal ganz konkrete Vorteile einer solchen ESM-Banklizenz? Nun, der EFSF, der ESM kann dann eben eingreifen, wenn beispielsweise die Zinsen für bestimmte Länder bestimmte Höhen erreichen. Der Markt würde dann eben Risikoprämien fordern, die die Zinsbelastung erhöhen. Und dann wird eben der Konsolidierungskurs gefährdet, weil die betreffenden Länder sich eben nur noch zu sehr überhöhten Konditionen neu verschulden können. In dieser Hinsicht greift also der EFSF, ESM dann ein, kauft die Anleihen solcher Länder und refinanziert sich bei der Europäischen Zentralbank. Der Unionsfraktionsvizemeister hat kritisiert, eine ESM-Banklizenz würde dauerhaft den Reformdruck von den Staaten nehmen. Wie sehen Sie das? Das ist natürlich ein gewisses Problem und wir müssen uns hier auch darauf einstellen, letztlich mit Fingerspitzengefühl voranzugehen. Beispielsweise kommt es ja auch darauf an, dass die Strukturreformen in den schwierigen Ländern weitergehen. Griechenland beispielsweise bei der Privatisierung stärker voranschreitet, als das bisher der Fall war. Das ist ganz klar, aber das ist eben nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem besteht derzeit darin, den Euroraum nicht scheitern zu lassen. Wir wollen die Währungsunion auch weiterhin haben und da sind unsere Anstrengungen zunächst mal drauf konzentriert. Jetzt wird seit vergangener Woche auch über unbegrenzte Aufkäufe von Staatsanleihen durch die EZB diskutiert. Kritiker sagen, das lauft auf eine verbotene Staatsfinanzierung heraus. Wie sehen Sie das? Das ist sicherlich eine rechtliche Grauzone, in der man sich da bewegt. Das muss man sicherlich abschließend klären. Es kann natürlich nicht sein, dass die Staaten dann neue Schuldentitel herausgeben und die gleich an die EZB verkaufen. Das ist verboten. Das passiert natürlich auch nicht. Die EZB kann aber an den Märkten, wo diese Wertpapiere gehandelt werden, tätig werden. Das macht sie ja ohnehin beispielsweise im Rahmen ihrer Geldpolitik, wenn sie am offenen Markt Wertpapiere kauft oder verkauft. Die EZB hat ja auch bereits direkt Anleihen von Italien und Spanien aufgekauft, um die Zinsbelastung für diese Länder eben möglichst gering zu halten. Also wie gesagt, von meinem Gefühl her würde ich schon sagen, dass das rechtlich in Ordnung ist. Aber das muss natürlich abschließend geprüft werden. Wichtig ist, dass es eben am offenen Markt passiert. Professor Dreger, vielen Dank für das Gespräch.